Hallihallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich einen tödlichen Leckerbissen aus dem Jahr 1985 mitgebracht, der unter der Regie von Larry Cohen entstanden ist und bereits im Januar 2017 auf Blu-ray im Mediabook veröffentlicht wurde, damals von Turbine. Und jetzt legt WMM-Infantrie im Vertrieb von AVV ein neues Mediabook nach. Das ist sogar wartiert und demnach auch für den einen oder anderen Sammler vielleicht ein bisschen was, wo man sagt, Mensch, ja, ich habe das zwar schon, aber ein wartiertes Mediabook ist dann ja doch eine andere Nummer. Ganz davon abgesehen haben wir hier ein komplett neues Buckle drin und ein neues Artwork und außerdem auch noch ein Tütchen von dem leckeren Stuff. Ja, also es gibt mehrere Gründe, warum man hier nochmal zugreifen sollte. So, dieses Mediabook ist seit dem 3. Mai 2023 im Handel erhältlich und weil ich euch das hier damals noch nicht gezeigt habe, gehen wir hier mal ganz kurz durch, aber um das hier geht es gar nicht. Damals waren ja auch Blu-ray und DVD mit drin. Wir hatten hier ein kurzes, aber informatives Mediabook mit dabei, mit einigen Bildern aus dem Film. Und ja, ein interessanter Text, muss ich sagen. Also wirklich, das Mediabook von Turbine damals war nicht schlecht. So, ja, also im Prinzip reicht das. Aber jetzt haben wir hier dieses neue Mediabook auf dem Tisch liegen von BMM-AVV. Ja, so viele Buchstaben. Und ich sehe gerade, das Bild wird wieder Sepia-Farben. Wenn ich das wegnehme, wird sie uns wieder weiß. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist mit Sicherheit irgendwie eine Einstellung an der Kamera. Aber gut, ich denke, vielleicht kriegen wir das irgendwann nochmal hin. Ist jetzt aber auch nicht so wirklich wichtig, weil wenn ich hier näher rangehe, ihr seht das dann, werden die Farben wieder echt. Ja, irgendwie muss ich mal gucken, was das ist. So, also wir haben hier dieses Mediabook mit diesem neuen Artwork. Und da muss ich sagen, das gefällt mir ausgesprochen gut. Diese knalligen Farben, auch wenn der Film selber nicht so ist, passt es dennoch besser zum Film. So, und dann haben wir hier oben auch diesen fluffigen Schriftzug, der mir etwas besser gefällt als hier damals bei dem. Wobei das Artwork hier, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Aber es ist halt etwas zu ernst, ja, hinten drauf auch. Und ja, wenn wir uns das hier anschauen, das entspricht schon eher dem etwas lockeren, witzigen Grundton des Films. Dann schauen wir uns jetzt mal das Bein an. Da steht auch der Titel drauf, Stuff. Und jetzt haben wir leider das Problem, weil es ist ja ein vertiertes Mediabook. Und ihr seht das hier, also das Frontcover, das lappt hier auf das Bein rüber. Das heißt, wenn ihr das im Regal stehen habt, dann sieht das eben nicht so schön einheitlich aus. Sondern hier von der Seite kommt noch das Frontcover rüber. Und das, naja, ist jetzt nicht ganz optimal. Ich meine, es stört nicht, aber es sieht doch irgendwie doof aus. Wenn man die nebeneinander im Regal stehen hat und hat das alles schwarz. Und dann kommt hier noch dieser kunterbunte Streifen mit rüber. Das hätte man anders klären können, indem man das hier irgendwie weiter, aber naja, gut, hat man nicht. Und was hätte sein können, müssen wir an dieser Stelle auch gar nicht groß thematisieren. So, dann haben wir hinten drauf eine Inhaltsangabe. Ein paar Bilder aus dem Film. Dann hier einmal die Credits und die Produktspezifikationen. Denn auch hier handelt es sich um eine DVD-Blu-Ray-Kombi-Packung. Und hier sehen wir auch schon, es handelt sich um eine 2-Disc-Limited-Super-Spooky-Stories-Edition. Also aus dem Rahmen der Super-Spooky-Stories. Da habe ich übrigens einige bekommen. Die packe ich euch jetzt nach und nach aus. Und den einen oder anderen besprechen wir auch. Also Becky und ich. Freut euch schon mal auf Friedhof der Zombies mit Hugo Stieglitz. Das ist großartiger Trash-Knaller. Wirklich toll. Und dann haben wir hier das Bonus-Material. Das ist leider nicht ganz so umfangreich, aber war es bei der Turbine-Veröffentlichung auch nicht. Das legt also den Verdacht nahe, dass es sich hier um ein, achten ganz böses Wort, Repack handelt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich möchte nur sagen, dass hier nicht viel mehr drauf ist. Aber es gibt halt auch nicht so wahnsinnig viel Bonus-Material zu diesem Film. Von daher geht das schon in Ordnung. So und limitiert ist das Ganze auf 333 Stück und durchgehend nummeriert auch. Hier die Nummer 121 und dieses Cover-Variante W. W für wattiert. Heißt also nicht, es gibt so unglaublich viele Cover-Varianten. Also A, B, C, D, E, F, G. Sondern das hier W, das steht für wattiert. So jetzt schauen wir uns das mal an. So und hier haben wir auch schon das Tütchen mit dem Stuff. So wer den Film nicht kennt, der Stuff. Das ist eine Art Marshmallow-Creme, die in Amerika gerade ganz groß gehypt wird. Aber das ist eine lebendige Masse. Und die frisst die Leute, die es essen, von innen auf, verwandelt sie in Monster. Und ja, deswegen solltet ihr euch überlegen, ob ihr diesen Stuff hier selber anrührt. Auf jeden Fall, das hier finde ich ist ein nettes kleines Gimmick. Letzten Endes hier, wir sehen das an den Zutaten. Wir werden uns die Zutatenliste ansehen. Wo haben wir es denn? Hier ist es. Zutaten, ja, Inhalt, 4 Gramm Zucker. Das ist also nichts weiter als ein Zuckertütchen. Aber, ja gut, was anderes ist Marshmallow-Creme ja eigentlich auch nicht. Also was ihr jetzt noch braucht, ist ein bisschen Schlagsahne. Und dann tut ihr den Zucker da rein, rührt das an. Und ja, aber es ist so, das wird euch umbringen, wenn ihr das macht. Langsam, aber sicher bringt euch Zucker und Schlagsahne, wenn ihr euch davon ernährt, um. So, ja, also von daher, aber dieses Tütchen, ich finde es, das ist eine nette Dreingabe. So, dann haben wir hier vorne die Blu-ray drin liegen. Die schaut so aus, hat auch dieses tolle Artwork drauf, dass es ebenfalls schon vor einigen Monaten in einem Mediabook gab. Es gab also schon mal zwei weitere Mediabook-Versionen außerhalb der Turbine-Mediabook-Veröffentlichung. Also es gab schon vor ein paar Monaten zwei weitere. Und jetzt kommt halt die hier noch nach. So, und dann haben wir hinten noch die DVD drin liegen. Die schaut so aus, auch ein schönes Artwork. Aber das ist identisch mit dem DVD, hier mit der DVD, die wir da haben. Also ist das gleiche Artwork. Jetzt haben wir, es sieht ein bisschen anders aus, aber ich gehe halt wirklich davon aus, dass das einfach nur, man könnte jetzt ganz böse sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Aber ich sage mal so, es gibt ja so viele Verpackungssammler da draußen, die wird das wenig stören. Abgesehen davon kriegt ihr das Mediabook von Turbine gar nicht mehr. Also ihr habt, ja, es steht gar nicht zur Debatte. Ihr könnt euch jetzt das hier holen und eine andere Wahl habt ihr quasi gar nicht. So, wir haben einen farbigen Innendruck. Da packen wir jetzt auch die DVD und die Blu-ray wieder rein. Und dann schauen wir uns das Booklet an. Das alles in allem, ja, also ich hatte das Booklet hier im Turbine-Mediabook, ist nicht schlecht, aber das Booklet hier von Christoph N. Kellerbach, das ist, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von Christoph N. Kellerbach und wenn der was schreibt, dann hat das Ganze Hand und Fuß. Und das hier ist ein echtes Essay. Da gibt es nichts zu meckern und wir sehen das hier auch. Hier ist es sehr umfangreich. Es ist sehr gut recherchiert. Es ist auch toll geschrieben, so wie der Christoph das halt immer macht. Dann haben wir hier zwischendurch auch hin und wieder mal ein Bild aus dem Film. Wobei, das hier ist kein Bild aus dem Film, das ist ein Werbebild. Und ansonsten ist das Ganze sehr, sehr informativ. Also gut, idealerweise hat man beide. Dann hat man wirklich alle Hintergrundinformationen, die man braucht. Aber objektiv betrachtet gefällt mir das Mediabook hier vom Informationsgehalt besser. Aber das ist meine Meinung. So, das Papier für meinen Geschmack etwas zu leuchtend, etwas zu glänzend. Aber, ja, das ist halt meine Meinung und viele Leute finden das gut. Von daher, das erwähne ich einfach nur und damit hat es sich. So, wir haben jetzt hier ein 16-seitiges Booklet. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ihr habt gesehen, es besteht fast ausschließlich aus Text. Und da gibt es also so viele Informationen. Ich finde es unheimlich toll. So, hier in der Mitte ist das schön festgemacht. Das Booklet, das ist auch richtig schön verarbeitet. Hier Bewegung ist hier so gut wie, ja doch, ja, durch das Wattierte halt. Ist doch alles ein bisschen wabbelig. Doch, 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 ich sehe das gerade, ist ein bisschen wabbelig. Aber, naja, gut, das ist halt so. Es hätte etwas stabiler sein können, aber das hatte das Turbine-Media-Book hier ebenfalls, aber auch viel Bewegung drin. Und wenn wir uns das hier jetzt nochmal so ganz kurz zu Gemüte führen wollen, weil es heißt ja in letzter Zeit immer wieder, Turbine würde die Qualität runterschrauben. Warum dieses Media-Book hier ist es im Jahr 2017 und weist die gleiche Qualität auf, die auch aktuell bei Media-Books von Turbine zu finden ist. Das heißt also, es gibt an dieser Stelle aus meiner Sicht auch nichts zu bemängeln. So, ja, ja, doch, es ist ein bisschen sehr viel Bewegung drin hier. Ich sehe das gerade, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, ne? Aber, naja, gut, also ein wattiertes Media-Book und ein Film, der sich wirklich sehen lassen kann. Mir gefällt er sehr gut. Das ist halt ein typischer Trash-Film mit so ein bisschen Blob, so ein bisschen Körperfresser und jeder Menge Humor. Ziemlich abgefahren, ziemlich sozialkritisch. Schaut ihn euch an. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann folgt dem Link unten in der Infobox zu blu-ray-disk.de. Da findet ihr meine Rezension dazu. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr schon da unten seid, dann könnt ihr auch direkt die Gelegenheit nutzen, den Like-Button zu drücken, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts verpasst, was der Papa euch zu sagen hat. So, nur mit dem Sepia hier. Das stört mich wirklich, dass die Farbe immer so wechselt. Naja, gut, liegt bestimmt an der Kamera. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, seid schlau, schaut lau und bleibt geil. Bis dann, euer Michael Speyer. bis dann, du sagst vor. Bis dann, du sagsthor��.